Slender So mal ganz fix die Kopfhörer aufgesetzt Dann können wir hier auch mal die Boxen ausmachen Und ich würde sagen, Start Game, oder? Was haltet ihr davon? Und es geht los Und ich muss ehrlich sagen Ich habe richtig, richtig Schiss Hm, ob das was wird, Freunde Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Wahnsinn, ich muss ehrlich sagen Ich habe Schiss Slender Ich habe das Spiel bis jetzt immer nur bei anderen Leuten gesehen Aber ich muss sagen Sammle alle acht Seiten ein, alles klar Unser Weg ist steinig, Freunde Unser Weg ist steinig Da hinten ist es sehr, sehr hell Wir werden jetzt mal schauen Okay, zoomen geht auch Ich sehe jetzt aber gerade absolut gar nichts Vielleicht muss ich mich einfach ein bisschen weiter hochsetzen Ich weiß es nicht Oh, da hinten habe ich doch was gesehen Der Slenderman spielt uns einen Streich Da ist was Na, vielleicht ist hier irgendwas dran Ich weiß es nicht Das könnte ich mir aber gut vorstellen Ja, tatsächlich Da ist eine Seite Follows Alles klar Wir haben ein Oh fuck Jetzt fängt die Musik an Leck mich am Arsch Wo ist die Straße? Folgen wir einfach mal der Straße Gut, so laufen wir Okay Und es ist dunkel und düster Und der Slenderman Er sieht uns Er sieht uns Aber wir sehen ihn nicht Scheiße Ich muss ehrlich sagen Ich habe richtig krass Angst Scheiße Okay Da vorne sehe ich noch eine Seite Und noch Keine Spur vom Slenderman Hilf mir Seite 2 von 8 Okay Puh, das ist Krasser als ich mir das vorgestellt habe Nein, 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 nein Er stand doch gerade da vorne, oder? Ähm Kann ich nicht aufhören zu laufen? Er läuft automatisch, so wie es ausschaut Ich kann nichts machen Und diese Geräusche Boah, jetzt wird es langsam krass Jetzt wird es langsam krass Jetzt wird es langsam richtig krass Und ich sehe gerade absolut gar nichts Wahnsinn ist das krass Also ich muss Oh, jetzt sind wir schon wieder an dem roten Teil Ich glaube, ich bin Vollkommen im Kreis gelaufen Als ich vorhin weggelaufen bin Scheiße Ich glaube Hier ist keine Seite mehr, oder? Oh mein Gott, da ist ein Hund gewesen Ne, hier ist keine Seite Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen Ich versuche jetzt einfach mal zu laufen Vielleicht finden wir ja irgendwas Krass Krass, ich glaube, da ist ein Zaun, oder? Laufen wir gerade in die falsche Richtung Ich habe keine Ahnung, Freunde Boah, das ist krasser Als ich mir das vorgestellt habe Hör mir auf Wo geht es denn jetzt lang? Ich habe absolut keine Ahnung Und vor allem hört er nicht auf zu laufen Also vorhin hatte er uns ja fast Okay, da ist ein Zaun Das heißt, wir müssen in diese Richtung Was ist das hier? Das sind Bäume, okay Nein, 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 nein Nein, 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 nein Alter Oh, oh, oh Alter Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen Boah, ist das krass Boah, geht das Geht das Geht das auf die Nerven Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen Krass, ist das heftig Krass, ist das heftig Ey, das habe ich hier niemals so erwartet Ey, hör mir auf mit der Scheiße Ganz ehrlich Boah, also meine Ich wünsche dir, ihr würdet gerade mein Herz hören Na, ziemlich wieder an diesem Zaun Das gibt es doch nicht Er ist in der Nähe Er ist absolut in der Nähe Nein, 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 nein Nein, 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 nein Weg, 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 weg Weg, 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 weg Schnell weg Schnell weg von ihm Krass, habe ich gerade eine Gänsehaut, Freunde Wahnsinn Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn Und ich schwitze brutal Ich schwitze brutal Ne, ich glaube, ich kann nicht mehr Ich glaube, ich kann nicht mehr Krass, ich zitter gerade am ganzen Körper Wahnsinn Dieses Atmen Hau auf zu atmen Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, Freunde Boah, krass, ich zitter gerade am ganzen Körper Ich bin so angespannt Ich bin so extrem angespannt Das ist der Wahnsinn Ich habe 27 Grad im Zimmer Und sie kann auch nicht mehr laufen Es geht ihr absolut nicht gut Boah, die Musik Hör mir auf, ey Hör mir bloß auf Hör mir bloß auf Hör mir bloß auf Hör mir bloß auf Alter, ist das krass Da ist wieder ein Zaun Okay Okay Okay, da vorne ist ein Häuschen Und ein LKW Puh, ein wenig Licht Das tut schon mal ein wenig gut Auf jeden Fall Gibt es hier irgendwo einen Zettel Nein, kein Zettel Okay, dann schauen wir mal an den Häuschen Nein, 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 nein Nein, 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 nein Schnell weg Schnell weg Okay, er ist wieder weg Okay Alter, ist das krass Ist das krass Ist das krass Ist hier irgendwas drin Nee, da ist nichts Okay Dann Gehen wir mal in diese Richtung Boah, ist das heftig Krass Und unsere Taschenlampe ist gleich leer Und wir haben gerade mal zwei Seiten Und ich habe keine Ahnung, wo wir langlaufen müssen Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn Also die Taschenlampe ist gleich im Eimer Ich weiß nicht, ob die sich irgendwann wieder auflädt Aber Ich sehe gerade gar nichts Und der Slenderman wird uns wahrscheinlich gleich kriegen Boah, wie krass muss das sein, wenn man in diesem Wald ist Also quasi real Heftige Scheiße Heftige Scheiße Da ist schon wieder ein Zaun, ey Wahnsinn Krass, laufen wir mal in die Richtung Okay, da ist Da ist Da ist wieder ein Häuschen Ach, wir sind schon wieder an dem LKW Oh mein Gott Oh mein Gott Kriegen wir hier die Tür auf? Nein Dann laufen wir mal in diese Richtung Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn Ich hätte niemals gedacht Dass das beim Selberspielen so krass sein wird Das ist echt heftig Das ist echt heftig, Freunde Und ich bin mir sicher, er taucht gleich wieder auf Mir kommt es so vor, als ob ich ihn schon höre Krasse Scheiße, krasse Scheiße Soll mal gucken, ob wir die acht Seiten finden Ich bin da absolut nicht zuversichtlich Wir werden wahrscheinlich direkt sterben Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange ich schon aufnehme Krass, ist das heftig Ist das heftig Ich habe auf jeden Fall schon dieses Knistern, wenn man ihn sieht Also er ist ganz in der Nähe Okay, da ist wieder ein Zaun Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Und diese Sound-Atmosphäre Das ist der Wahnsinn, Freunde Ich glaube, ich sollte solche Spiele in Zukunft meiden Das ist ja richtig heftig Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn Das macht er absichtlich Also die Anspannung ist gerade wieder weg Aber das ist wohl absichtlich Und er wird gleich auftauchen Ich bin mir sicher Ich bin mir so sicher Okay, da ist ein Gebäude Ein großes Gebäude Vielleicht finden wir ja hier eine Seite Okay, das ist das Toilettengebäude Das kennt man ja schon Gut, da ist erstmal keine Seite Boah, krass Jetzt kriege ich gerade wieder eine Gänsehaut Das würde mich nicht wundern, wenn er hier direkt um die Ecke steht Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn Freunde, das ist so heftig Das ist so heftig Gut, da ist eine Seite Nein, 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 nein Okay 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 Krasse Scheiße, krasse Scheiße Ich sehe nichts Ist das die Taschenlampe? Okay Freunde, das ist heftig Das ist wirklich heftig Wo bin ich hier? Okay, jetzt sehen wir wieder ein bisschen was Boah, ist das krass, ey Ist das krass, ist das krass Ist das krass Ist das krass Okay, hier waren wir wohl schon, oder? Ich habe absolut keine Ahnung Ist das heftig, ist das heftig, ist das heftig Ne, die Taschenlampe gibt absolut den Geist auf Das wird so nichts Das wird so absolut nichts Ich bin echt mal gespannt, wie lange wir das hier noch überleben Ich bin mir sicher, er kriegt uns gleich Oh, nein Nein, 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 nein Alter Alter Lädt mich am Arsch, ich bin raus Das war's.